Hey, hey, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Little Miss Fortune. In der letzten Folge sind wir in den Zoo reingekommen. Und jetzt suchen wir das Wolfgehege. Piratenvogel, aha. Piratpapagei. Nomnompapagei. Lebensspanne 10 bis 20 Jahre. Ernährung, alles Fresser, wird verbreitet auf dem Planeten. Ah ja, Hintergrund. Dieser Papagei lebt überall auf der Welt. Sie reden viel, aber sagen wenig. Äh, okay. Normalerweise arbeiten sie mit menschlichen Piraten zusammen. Geborene Diebe. Gründer der Freiheitsfront. Aha. Warum habe ich jetzt alles vorgelesen, wenn sie es eh selbst vorliest. Schau, dieses Pferd sieht ziemlich smart. Es ist nicht. Vertraue mir, wer auf ist Fortuna? Okay. Hi. Delusius-Eule, aha. Vogel, Delusius-Eule. Also habe ich ja. Lebensspanne 60 bis 100 Jahre. Wow. Ernährung, alles Fresser, Großstädte. Hintergrund. Diese Eulen hängen normalerweise bei Büchereien, Buchhandlungen und Cafés ab. Obwohl sie sehr intelligent aussehen, ihr großer, auf sich selbst bezogener Lebensstil führt sie dazu, sinnlose Informationen zu sammeln. Sie leben von der Aufmerksamkeit. Es sagt, Ja, ich fühle mich auch ein bisschen offended bei diesem Vogel. Ich weiß nicht, warum. Es kann gerne Lidl Miss Fortune vorlesen. Okay, Delus, this she deals. These birds multiply at a very high rate with different partners, leaving behind dysfunctional offspring. They don't care about anything as long as they are occupied by mindless entertainment. Oh, really? Interessant. So, da hätten wir die Vögel mal alle durchgeguckt. Vogelfutter-Clown. Nein, wir sind keine Diebe. Nein, ich will nicht, Dinge zu füttern. Selbst wenn es gut für Zähne ist, bin ich eine kleine Frau, du weißt? Es ist nicht, was eine kleine Frau macht. Ein einfaches als das. Genau. Okay, es ist Fortuna. Wir sind keine Diebe. Der Zoo-Wärter kann sie ja selbst füttern. Aha, da, die Nummer 6 ist der Wolfsgehege, wo wir hin müssen. Und wir sind unten bei zwei. Ich glaube, der Zoo ist um zu close. Entrance Birds, Souvenirs. Ah ja, okay. Hier gibt es Souvenirs. Dann sind hier die Flamingos, die Polarbären. Dann sind hier die Wölfe. Dann hier die Elche. Dann die Braunbären. Dann gibt es hier ein Restaurant, wo man lecker essen kann. Dann gibt es hier Ziegen. Vielleicht kann man die auch streicheln. Und dann eine Scheune. Okay. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was Mr. Stimme gesagt hat. Aber wahrscheinlich will er wissen, wo die Wölfe sind. Ist das? Das wird es sein. Great job. Let's hurry up now. Verdammt, ich hätte gerne gewusst, was er sagt, wenn wir woanders hinzeigen. Verdammt, das hätte ich auch austesten können. Naja, zu spät. Oh, you know, I'm feeling really annoyed, like a log. What's happening to me? I smell hormones waking up inside you. What? Hormones? No. Hormones. Ah, okay. What's that? Your body is preparing to create life inside you. You get a lot of new feelings that are completely normal. Ah, okay. And you'll bleed for three to five days from your vagina. Ew, yikes forever. You will also suffer each month for many, many years. And society treat you like garbage. Are you for real? Yes, I am. I think I need some emergency glitter. Ah, so much better. Hm, war was? Ich war kurz abgelenkt. Ich hab kurz... Oh, der Stinks. Benjamin. Oh, Münzen. Yes, those are people's wishes. Can one pay for wishes? People nowadays think they can buy everything with money. I wish I could throw a coin and ask for my happiness back. Also that Benjamin transform into a good foxy, because I would totally go out on a date with him. If he was good. Hm. Are you done here, Miss Fortune? Yeah. Ja, Glück kann man leider... Für Glück kann man leider nicht bezahlen. Ich hab's schon getestet. I wish I could write Japanese, so I could send a cute postcard to my friend Hira. But where does a ghost live? Stop lying, Miss Fortune. Ghosts are not real. You're just jealous because you don't have a ghost friend. True. Ah, look at those sweet blushes. They could be all my babies. Don't get too attached. Those twice. Don't worry. I'm just looking. I'm just looking at him. I have the feeling, when there's so much Ablenkung there is, that they'll never come to the wolves. Yes, let's do that. But when they're so far away, they're not from the souvenir shop. So the half we have about it. That's also the polar cage. The polar cage with the pop cycle. The polar cage. It looks like this area is closed to the public. Oh, damn it. You will have to sneak past the janitor to get to the other side. Don't let her see you. Otherwise, she will lock you in and call your mummy. Ah, don't worry. I'm like a sweet little ninja. Yeah. I could hide behind those boxes, right? Great idea. Hide behind a box until she turns her back to you. All right. Like a sweet little ninja. Oh, yeah. What do you mean to sleep? Look. The bear in the picture is sucking a popsicle. It looks like it's strawberry flavor. Oh, yeah. That's how it looks like it's strawberry flavor. Mmm. Ow. Like a little ninja lady. Yeah, he's not noticed. Now, wait for her to turn her back to you and... And then kill her from behind? What? No. Why? What is it? What is it that they're doing in the movies? I'm telling you all of them. Don't kill me. Well, this isn't a movie. So just do as I say. When she turns around, you can jump out and keep moving. Ah, all right then. It just looks a lot cooler on TV. Oh, damn it. My ninja move failed. Schade, ich dachte, wenn ich mich nicht bewege, sieht uns nicht. Oh, man. Sicherheitsregeln im Umgang mit dem großen bösen Wolf. Wenn der Wolf auf dich zuläuft, bereit anzugreifen, dann solltest du nichts aus deinem Leben bereuen, weil du wahrscheinlich sterben wirst. Oh. Es heißt, save the rules for handling the big bad wolf. If the wolf runs at you, ready to attack, then you shall not have any regrets about your life, because you will most probably die. So if I don't have regrets, the wolf will let me pet it? What? Ja, genau. Ich glaube, das war das, was ich sagen wollte. A key. Ist ein key. Im Schuh. Schade. Ich meine, das ist ein save. Es wäre irgendwie dumm, wenn man einen Schlüssel in ein save sperrt und den save dann zusperrt. Oder? Vielleicht können wir eine Klose finden im Computer. Ja, aber es braucht ein Passwort. Ich finde es. Ha, easy. Eins, zwei, drei, vier. Nein? Schade, ich dachte, weil das mein PIN-Code ist. Vielleicht ist das auch der Code. Joke. Eins, drei, fünf, sieben. Vielleicht so? Nee, auch nicht. Null, 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 null. Nee. Im Versuch was wäre. Okay, hier können wir noch gucken. Vielleicht ist da was drin. Hm, schau, ich habe ein PIN-Code gefunden. Oh, ein paar Zeilen. Ich gebe es. Es könnte hilfreich sein. Okay. Acht, neun, vier, fünf. Sollte hilfreich sein, ja? Hm, ein secret inside? I'm sorry. Ah, da sind fünf Zeilen. Aber auf dem Zettel waren nur vier Zeilen. Da ist auch noch so eine Puppe. Wenn sich gebrochene Herzen entscheiden, das Geschenk des Jenseits anzunehmen. Wenn broken hearts are chosen, to receive the gift from the beyond. A gift, you say? Aha. What is that? Nothing. So, ich denke mal, das Code war, äh, genau. Ach, neun, vier, fünf. I think you're holding the paper upside down. Don't interrupt me. I know what I'm doing. Keep quiet. Genau, keep quiet. Fünf, vier, sechs, acht. Oh, yeah. Miss Fortune Ramirez Hernandez is a computer scientist. You really surprised me. Tja, es hat wirklich so geklappt, Leute. Let's see what it says. Popsicle? Is that a code? Talk about crazy. Äh, hi, you there? Yeah, I was in the toilet. Okay, lol, OMG, what the fuck. No need that info. Urania or well. Blade upload. Mm-hmm. Äh, how's that ear infection? It's fine. Super, we can talk some other time. Take care. Äh, okay. I forgot to... Wow, ey, das nervt echt, dass das Bild so... ... so rumwackelt, ne? Äh, I forgot to tell you about there's a spare key inside the safe. If you need it sometime, it opens all the doors and cages code. 27581, okay. Okay, I don't think I need it, ATM. I already have one, but thanks. Thanks mit XS geschrieben? Ah, ja, noch nie gesehen. Äh, ATM. Was bedeutet ATM? Ich kenne in GTA diese ATM, äh, Automaten, wo man Geld abheben kann, aber... ... die Abkürzung weiß ich gerade nicht. Today. Äh, feeling much better today. A house the beer doing. Urani, Urania hat geschrieben, it keeps sucking that pop cycle, is that normal? Blader, bloat, I'm not sure, but I like to watch. Ja, ist ziemlich lustig. Lol, gotta go fix K-Kelvins cage. Was K-Kelvin? Der Asper? Verdammt, ich hab das, ich hab die Zahl vergessen. Oh man. Ja, ich kann mich halt noch nicht bewegen, weil ich, äh, meine Schritte, äh, wo, da, 27581. Okay. Äh, zwei? Wie kann ich das bewegen? Achso. Sieben. Fünf. Acht. Eins. Ja, offen. Haha. Ahja. Ich glaub, man konnte an den Typen gar nicht vorbeikommen, ohne nicht erwischt zu werden. Kann das sein? Well done, Miss Fortune. Very impressive. Haha, thank you. Ich hab kurz gedacht, ich wär echt einfach gecatcht worden, weil ich nicht aufgepasst habe, aber ich glaub, man kann gar nicht vorbeikommen, ohne nicht erwischt zu werden. Schau. Wir haben einen Wölf gefunden. Ja, und da ist eine Note. Es muss sagen, wo der Fuchs lebt. Wir müssen ihn nehmen. Ich kann ihn von hier nachdenken. Schau, ob du in den Typen kannst. Hm. Gute Idee. Vielleicht können wir irgendwie reinkommen. Äh, okay. Hier kann man nichts machen. Hier ist der Wolf. Hier ist... Ah. Hier ist noch, äh... Hier kann man rein. Canis Lupus. Also known as the big bad wolf. His favorite snack is red hooded little girls. That's silly. Remember the missing children? Mhm. Maybe he's behind it all. You think he's eating the children? Who knows? You're right. We should call the cops on him. No. We don't want to get involved with the police. Ah, okay. Aha, time to meet the wolf. Genau. Mhm. Come Wolfie, cool. Streicheln. Let me pet you. I'm a nice person. Wolfie? Oh nein. Ich hab die Tür offen lassen. Upsi. Ach egal. Wir können den Brief nehmen. Er reicht doch. Mal gucken was da in der Notiz steht. My evil cousin's address. Fox. Scots. Tingen. Fünfzehn. Openfields. It says. My evil cousin's address. Fox. Scots. Tingen. Fünfzehn. Openfields. Uh-huh. Uh-huh. Now we can get that stolen happiness back. Alright. Sweet. It looks like the fastest way to the fox is by boat. From Phantasmagoria. Uh-huh. Wait a minute. Are you telling me we're going to Phantasmagoria? It seems that way. Yes. Sweet. I always wanted to go. Yes. Uh-huh. Are you up for another round of questions while we walk? Why not? My question answering skills on our warm-up. Great. Great. And as usual, just be honest and you'll do fine. Okay. First question. Have you ever heard this question before? What is the name you want to ask me? Yes. Alright. Second question. Have you ever lied to a friend? Yes. I do it all the time in school. Charlene, still believes my mother's daughter will take me half after school. Da stimmt das gar nicht wahr. War ein Scherz. Jemanden sterben sehen? Na ja, zählen jetzt in Filme oder Videospielen auch? Oder meint ihr jetzt in echt? Also, ich meine, sie hat ja gerade vor kurzem erst den Hund sterben gesehen. Also eigentlich, wenn ich sagen würde, nein, wäre das ja komplett gelogen. Sagen wir ja. Sagen wir, er meint nicht nur in echt, sondern auch in Spielen und so. Es war sehr kalt. Nicht wie in den Filmen. Es war anders. Ich sagte ihm, dass ich mich als ein Geist hatte, aber er hat es noch nicht getan. Danke für eure Honestkeit wieder. Du bist willkommen. Wir sind jetzt wirklich nahe zu Phantasmagoria. Ja, ich kann es hören. Hehehe, spannend! Wow, this looks like the creepiest place to ever exist. So scary. I wish I had a ticket to ride though. Really? But hey, what's that falling just in front of you? Uh, ein Ticket. Please, don't play with my feelings. It can't be a ticket. Are you sure? It looks like a ticket to me. It can't be, but I'll check it out. Is that a skeleton? Oh, crap! Oh, spooky, scary skeleton. What a tick, a surreal sweet old beauty. A smiley face. Thank you. You're welcome, Miss Fortune. Now, let's go find a boat to the fox. Remember? Mhm. Ich glaube, da gab irgendwas. Irgendwas? Ach so, da ist da. Ah. A ghost? Damn, that's creepy. Miss Fortune, please mind your language. But I got scared. It's totally understandable. That's no excuse. Okay. Uh, Clowns. Viele haben ja Angst vor Clowns. A creepy clown? That's creepy. It said, welcome to Phantasmagoria. Oh, thank you. So, und jetzt? Feenstaub. Tja. Ich glaube, dass der Clown jetzt freundlich lächelt, würde er den Clown Phobiker und euch wahrscheinlich gerade nicht glückliche machen, ne? Ich würde sagen, ich mache hier bei diesen schönen Clown und bei diesen glücklichen Clown jetzt einen kurzen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn der Clown aufhört zu lächeln. Hauptsache, bis dann. Und. Bis dann.